Musik Unser nächster Gast hat 2011 Slidebird Web Stories gegründet. Er setzt mit seinem Team Projekte im Bereich Online-Marketing, Webdesign, Programmierung, Suchmaschinenoptimierung um alle WordPress zentriert. Seit 2020 ist er auch Managing Partner von Couscous, das ist ein Lieferservice für gesunde Bowls und Salate. Ich glaube, er kann über jedes Thema, was man ihn nennt, zwei Stunden reden und manchmal auch vier Stunden, wenn er was über das Thema weiß. Also insofern weiß er über das nächste Thema garantiert sehr viel. Growth Hacking im E-Commerce, mehr Umsatz mit Growth Hacking. Also es wird eine Einführung in die Begrifflichkeit, Insights aus den Daten, Produkt-Market-Fix, Landing-Pages-UX, Growth-Marketing-Retention, Sprints. Daniel Knoflischek, danke. Danke. Ja, danke für die nächste gute Vorstellung. Ich hoffe, man hört mich gut. Es gab halt... Wird's besser, glaube ich, oder? Ja. Oder? Passt das für euch? Okay, super. Danke fürs Kommen und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Growth Hacking im E-Commerce. Mehr Umsatz mit Growth Hacking. Dank der netten Einführung spare ich mir die nächste Folie gleich. Was werden wir uns heute anschauen? Die Agenda, wir werden eine kurze Einführung in Growth Hacking machen. Wir werden uns den Product-Market-Fit ganz kurz anschauen. Das R-Framework, die Pirates-Metric. Gibt es irgendjemandem, dem das was sagt oder noch nie gehört? Also wem sagt das was? Pirates-Metric? Okay, sehr gut. Dann schauen wir uns zehn Growth Hacking-Strategien an und werden uns auch der Conversion-Rate-Optimierung ein wenig widmen und werden uns auch anschauen, wie man mit AB-Tests das Ganze prüft und durch Tests auch herausfindet, was funktioniert und was nicht. Und am Schluss gibt es noch so ein paar ganz kurze Quick-Hacks, die man relativ schnell umsetzen kann. Sean Ellis hat den Begriff quasi erfunden, sagen wir mal so, oder hat ihn groß gemacht. Growth Hacking ist für mich ein agiles Experimentieren, also ein Prozess, um das Kunden- und Umsatzwachstum kontinuierlich voranzutreiben. Was heißt das? Wir versuchen mit vielen Tests und sehr, sehr vielen Tests herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Und wenn wir das tun, sehen wir auch, dass viel nicht funktioniert, aber es ist auch eine Erkenntnis, auf die wir aus sind. Growth Hacking ist definitiv ein Teil vom Online-Marketing. Es steht hier ein bisschen nach oben raus, weil Growth Hacking eigentlich der spannende Teil ist. Wir wollen hier schnelles Wachstum finden und das erreichen wir mit Kreativität und ein bisschen agilen Prozessen. Wenn wir ganz klassisch Google-Edge halten oder viel in der Suchmaschinenoptimierung sind, das sind sehr lange Prozesse. Wir versuchen im Growth Hacking wirklich schnell Ergebnisse zu erzielen oder auch Hypothesen falsifizieren. Was ist jetzt alles das Growth Hacking? Welche Bereiche betrifft das? Wir sehen hier zum Beispiel COO, also Custom Rate Optimization. Wir sehen hier auch zum Beispiel, ganz rechts steht GBTD, Jobs to be done Framework. Schon mal irgendwer was davon gehört? Zufällig? Hand hoch? Einer? Zwei? Sehr gut. Ich sage gleich, ich kann nicht genau darauf eingehen, aber wer davon noch nichts gehört hat, aufschreiben, googeln und sich später also Jobs to be done, sich das später anschauen. Da gibt es spannende Thesen dazu, die im Growth Hacking und im Online-Marketing leider oft zu kurz kommen. Wir werden uns kurz den Product Market Fit anschauen, wirklich nur eine Folie, weil es ein recht komplexes Thema ist, aber sollte man auch mal gehört haben. Und wir werden uns Dinge anschauen wie E-Mail-Marketing, Content-Marketing und wie sich Growth Hacking auf große Teile von der Suchmaschinenoptimierung auswirkt und speziell auch auf die Usability. Wir haben heute schon einen ganz spannenden Vortrag gehört, dass Usability und UX stark mit Wachstum zu tun hat und somit auch mit Growth Hacking. Und ein großer Part ist auch das Engineering. Das heißt, viele Dinge, die wir im Growth Hacking machen, sind Content-basiert, aber viele auch eben technisch. Das heißt, früher oder später kommt man nicht darum herum, ein wenig in diese Materie einzutauchen. Darum sage ich mal, ist der perfekte Growth Hacker auch zur Hälfte Programmierer, Techniker und zur anderen Hälfte ist er zu Hause im Content- und im Online-Marketing, im klassischen. Wie gehen wir heran? Wir haben immer einen hypothetischen, Hypothesen-gesteuerten Ansatz. Das heißt, wir betrachten Growth Hacking als eine Reihe von kleinen, kontinuierlichen Experimenten, die unterm Strich Wachstum bringen sollen. Der Prozess wird wiederholt und wiederholt und wiederholt, bis am Ende wird das Lernen daraus. Und das hört sich immer so simpel an und trotzdem machen es wirklich viele Unternehmen nicht. Es wird immer Marketing gemacht, hier wird in Ads gesteckt und da wird SEO gemacht, aber am Ende des Tages geht man mit den, wir haben jetzt gerade vorher sehr viel über Daten gehört. Wir sind genau die, die mit diesen Daten versuchen zu arbeiten und es wird immer schwieriger, diese Daten auch zu extrahieren. Darum ist es wirklich Zeit, auch mit Growth Hacking anzufangen, auch für kleine Unternehmen. Ganz kurze Frage, wer hat denn einen Webshop hier oder hat vorher einen Webshop zu betreiben bald? Okay, ein paar zumindest, genau. Ich gehe jetzt davon aus, dass es natürlich WooCommerce-Shops sind. Wie kann jetzt so eine Hypothese aussehen, die am Beginn eines jedes Growth Hackings-Prozesses steht? Wir haben da so ein kleines Merksatzel. Das heißt, wir glauben, dass wenn wir X machen, Y passieren wird und wir wissen, dass wir recht haben, wenn Metrik A in der Zeit B Erfolg hat. Das hört sich jetzt ein bisschen komplex an, ist es aber gar nicht. Wichtig bei unserer Hypothese ist, dass sie falsifizierbar ist und dass wir bekannte Annahmen haben. Das heißt, wir werden sehen, wir brauchen zumindest ein paar Daten, um Growth Hacking durchzuführen. Darum ist es auch wirklich wichtig, die Prozesse richtig schon von Beginn an zu implementieren. Wir haben vorher gehört, Google Analytics, das ist wichtig, dass wir diese Daten benutzen können und auch dürfen, denn sonst sind wir im Blindflug. Was wären jetzt Beispiele für so Hypothesen? Zum Beispiel, wir glauben, wenn wir einen Rabatt-Code mit 10% für einen Newsletter-Eintrag verschenken, wir unsere Newsletter-Liste schnell ausbauen können. Wir haben Erfolg, wenn wir 300 neue E-Mail-Adressen in 14 Tagen gesammelt haben. Warum ist das jetzt wichtig, dass wir wirklich diese 300 E-Mail-Adressen in 14 Tagen in dieser Hypothese drin haben? Weil, wenn wir das nicht haben, können wir sagen, okay, wir wollen 10% rausgeben und dann nach zwei Wochen sagen wir, okay, wir haben jetzt 70 Newsletter-Eintragungen. Aber erstens mal wissen wir nicht, ob wir unsere Hypothese richtig oder falsch waren. Wir wissen auch nicht, was wir Schritte daraus ableiten können. Oder wir glauben, wenn wir eine Verknappungsstrategie auf der Produktseite anwenden, nur mit drei Strücke auf Lager zum Beispiel, können wir die Conversion-Rate erhöhen. Also in dem Beispiel von 4,2 auf 5,5%. Von denen, die vorher aufgeschreibt haben, aufgezeigt haben, dass sie einen Webshop haben, wer von euch kennt die Conversion-Rate von eurem Webshop? Keiner auswendig? Einer, okay, zwei, gut. Die Conversion-Rate ist der wichtigste Wert eines Webshops, wenn es um Umsatz und Wachstum geht. Das ist ein Wert, der in sehr vielen unserer Hypothesen vorkommt und in sehr vielen Experimenten auch getestet wird. Eins muss ich auch noch dazu sagen, you can't grow a product, people don't love. Kommt auch von Sean Ellis. Wir haben immer wieder sehr viele Kunden, die mit Produkten zu uns kommen, wo wir einfach ganz klar sagen, das kann ich mit Marketing mitschleppen, aber das Produkt, das muss schon irgendwie auch zumindest ein Bedürfnis erfüllen oder verkaufbar sein. Auch ganz wichtig am Prozess. Product-Market-Fit, wer hat davon schon mal was gehört? Kurz Hand auf. Okay, auch ein paar. Das ist ein recht bekanntes Konzept auch, ich werde ganz kurz darauf eingehen. Product-Market-Fit ist vielleicht eher für SaaS-Unternehmen, also Software-as-a-Service-Unternehmen oder auch für klassische Start-ups, weil es um Wachstum geht. Wenn ich jetzt eine Kaffeetasse in meinen Webshop verkaufe, werde ich kein Product-Market-Fit brauchen. Die Leute trinken Kaffee, ja, ist keine große Sache, wir werden eine Kaffeetasse brauchen. Aber ich kann das auch auf meinen eigenen Webshop umlegen. Ich kann zum Beispiel den Product-Market-Fit für meinen Webshop versuchen umzusetzen und sagen, okay, wer ist mein Zielkunde, wer ist meine nicht bedienten Bedürfnisse, das ist der Markt und auf der anderen Seite steht das Produkt nach dem Product-Market-Fit. Wie schaut mein Wertangebot aus, wie ist mein Leistungsumfang und das unbedingt sich auch genauer anschauen. Also, es würde jetzt den Rahmen sprengen, aber das ist ein wirklich spannendes Feld, wo man sich das wirklich mal genau anschauen kann. Pirates-Metric, das R-Framework, ja, das sind die zwei Piraten. Super. Wir haben hier einen Funnel, der ist auch recht bekannt. Vielleicht haben ihn manche schon gesehen. Was Neues ist das erste A für Awareness. In letzter Zeit wird der Funnel immer mehr für Sales benutzt und weniger für Wachstum an sich. Also sage ich jetzt von Startups-Wachstum oder so klassischen Growth-Strategien mehr Kunden und nicht nur mehr Umsatz. Aber Awareness ist ein wichtiger Punkt im Sales-Funnel, weil das der erste Punkt ist, wer der Kunde über unser Produkt oder unser Service oder über unseren Webshop, unsere Landingpage quasi das erste Mal sieht. Awareness ist ein großer Unterschied zu einem Touchpoint. Man könnte jetzt hier streiten, ist das schon ein Touchpoint, wenn jemand den Awareness-Punkt sieht? Was könnte zum Beispiel Awareness sein? Das könnte eine Google-Impression sein oder eine Banner-Impression. Wichtig ist, in dem Punkt haben wir noch keine Daten. Der Kunde sieht irgendwas von uns, das kann von mir aus auch offline sein, theoretisch. Wichtig ist, er hat uns wahrgenommen, das Logo oder das Branding. Der zweite und der erste wichtige Punkt für jeden Growth-Hacker und auch für jede Datenanalyse ist die erste Akquisition, der erste Touchpoint mit unserem, in dem Fall, Webshop. Hiermit zwei ganz wichtige Key-Performance-Indikatoren, also Metrigen, die wichtig sind für uns. Das ist die Pageview und die Bounce Rate. Ist uns eben nicht klar, was eine Bounce Rate ist in Bezug auf das? Das heißt, jeder weiß, was eine Bounce Rate ist. Super. Okay. Das heißt, das sind die Zermetrigen, die wir, wenn wir später Tests durchführen, bei Akquisition, auf die schauen wir genauer hin. Activation, was verstehen wir da drum? Das heißt, jedes Mal, wenn ein User jetzt einen Touchpoint hat mit uns, er kommt auf unsere Webseite, gibt es den sogenannten Wow- oder Aha-Effekt. Das kann sein, wenn der User jetzt ein Produkt in den Warenkorb legt, ist in der Regel jetzt kein Wow-Effekt, aber zumindest ist es ein erster Berührungspunkt, wo er was Positives erleben sollte. Hier sind zum Beispiel KPIs, eine Newsletter-Anmeldung, eine Registrierung, ein Freebie etc. Also, wenn ihr Content-Creator seid oder Copywriter, Freebies sind ganz bekannt als Sales-Magneten. Nächster Punkt ist dann Retention. Das heißt, es ist der neuerliche Kontakt mit dem Webshop. Und hier, was man sich von großen Firmen abschauen kann, jede große Firma hat ein Retention-Team. Das heißt, Retention spricht User an, die schon Kontakt mit uns hatten, im besten Fall schon an Kauf oder irgendwas, ein positives Erlebnis mit uns haben. Das können wiederkehrende Benutzer auf der Webseite sein durch eine Retargeting-Ad oder auch irgendein sonstiger messbarer Touchpoint. Das kann auch zum Beispiel eine E-Mail zum Geburtstag sein. Wir können zum Beispiel eine Newsletter-Eintragung haben, wo wir Geburtsdaten abfragen. Vier, fünf Monate später schicken wir eine E-Mail. Hey, du hast eigentlich noch nie was gekauft, da hast du einen 10% Gutschein. Das nennt sich Retention. Das heißt, wir aktivieren bereits unsere Kunden und können so den Umsatz. Wir schauen uns später immer Beispiele zu allem an. Aber ich schaue, dass ich da jetzt einmal die Theorie ein bisschen durchprügele. Referral-Programme. Wer benutzt hier Referral-Programme für seine Kunden oder für seine User oder was auch immer? Niemand, okay. Es schaut tatsächlich oft so aus. Speziell im KMU-Bereich, im EPU-Bereich werden Referral-Programme kaum benutzt. Hier ist ein wenig technisches Verständnis nötig. Und funktioniert aber auch ganz einfach, indem wir diverse, also wo Kunden werben oder Nutzer werben, ganz bekanntes Beispiel war Dropbox früher, die mit Referral-Programmen groß waren. Wie Dropbox angefangen hat, hat man Dropbox, glaube ich, 1 GB 99 Euro gekostet im Jahr. Und Dropbox hat Ads geschalten, damit User das Service abonnieren. Ein Cost per Acquisition war für Dropbox 300 Dollar, also 290 Dollar laut der Case Study. Der Durchschnitt der Customer Value war aber 99 Euro pro Jahr. Das heißt, sie haben Minus gemacht. Das ist, was hat Dropbox gemacht. Sie haben gesagt, wenn ihr unser Service benutzt und einen weiteren User für uns generiert, kriegt ihr gratis Speicherplatz. Und zwar aber nur für den begrenzten Zeitraum. So nach einem Monat ist der Speicherplatz ausgelaufen und sie haben immer wieder neue User werben müssen. Das war ein großer Step für Dropbox. Und so sind sie auch wirklich schnell gewachsen. Das hätten sie sich mit Ads zum Beispiel nie leisten können. Es wird natürlich immer schwieriger, diese Kreativität in das Growth-Hacking reinzubringen, weil fast schon alles gemacht wurde. Das Gute ist aber, viele Kleinigkeiten werden immer noch nicht sehr oft gemacht. Und speziell bei WooCommerce-Shops mit Hilfe von doch mehreren Plugins kann man da wirklich viel erreichen. Und zu guter Schluss, das worum es geht, das ist der Revenue natürlich. Das ist, wenn ein User ein Produkt kauft oder kann auch eine Kontaktanfrage sein, ein Newsletter-Eintrag. Das kann man ein bisschen globaler sehen. Wichtig ist, am Ende steht die Conversion. Wie könnte jetzt so ein Fallbeispiel ausschauen im E-Commerce? Das heißt, Awareness-Nutzer sieht das erste Mal das Logo auf einem Banner. Nutzer landet durch Google-Suche auf der Webseite. Nutzer legt das Produkt in den Warenkorb und verlässt die Seite wieder während des Checkouts-Prozesses. Jetzt, weiß ich nicht, der fährt mit der U-Bahn, steigt aus und vergisst dann einfach zum Checkout machen. Das heißt, unser Retention-Team oder unser tolles WooCommerce-Plugin schickt ihm zwei bis vier Stunden später oder am nächsten Tag eine E-Mail. Das wäre in dem Fall die Retention. Das heißt, wer benutzt denn zum Beispiel jetzt in Kombination mit WooCommerce ein Card-Band in das Plugin? Wird das benutzt? Okay, aufschreiben. Das ist einer der wichtigsten Tools, wenn ich im E-Commerce bin. Ich muss User, die im Warenkorb waren und dann wieder aussteigen, ohne etwas zu kaufen, eine E-Mail schicken nachher. Warum sie nicht gekauft haben und diese Produkte sind im Warenkorb, sie könnten sie jetzt kaufen. Kennt man von den großen Unternehmen. Wir werden auch später dann kurz über die E-Mail-Adresse sprechen und wie man zu der schneller kommt. Dann wäre eine Verwärtsmöglichkeit in dem Sinn, dass er immer noch nicht kauft und dann schickt man ihm noch einen 10-Euro-Gutschein für einen geworbenen Kunden, wenn er möchte. Dann haben wir noch einen Touchpoint und irgendwann kauft der Kunde dann im Webshop. Das wäre so ein klassischer Funnel für so einen E-Commerce-Bereich. Jetzt kommen wir schon tatsächlich zu Growth-Hacking-Strategien, die man wirklich schnell implementieren kann und viele Beispiele, die man wirklich ohne viel Engineering machen kann. Auch nochmal ganz klar zu sagen, Growth-Hacking hat seinen Ursprung bei Startups und bei SaaS-Unternehmen, also Software-as-a-Service wie Dropbox oder Hotmail oder so Geschichten. Tatsächlich ist aber Growth-Hacking wirklich für fast alle Unternehmen einsetzbar im Online-Bereich, auch für eben Solo-Entrepreneure oder irgendwelche Content-Creator. Einer der ersten Sachen, mit denen wir einen psychologischen Anreiz setzen können in Webshops, ist Fear of Missing Out. Das heißt, da gibt es ganz klassische Methoden. Limited Time Offers, keine Versandkosten ab einem gewissen Betrag. Wenn wir bei größeren Kunden diese Maßnahmen setzen, wirkt sich das massiv auf den Umsatz aus. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass sich einfach mal den Warenkorb durchschnittlichen Preis anschauen. Wenn der um die 45 liegt und ich sehe aber zum Beispiel, dass ich Versandkosten für 8 Euro habe, kann ich mal probieren, gratis Versandkosten ab 70 Euro anzubieten, zu schauen, wie sich der durchschnittliche Warenkorb dann verhält, ob der steigt. Ich kann Exklusivität und Gruppenzwang nutzen. Also Exklusivität-Angebote ist ganz klar im Modi-Bereich oder im Technik-Bereich. Ich kann mit Early Adopters spielen, die unbedingt zuerst alles haben wollen. Und Amazon zeigt in der Regel immer alles zuerst vor, wie es geht. Knappheit, wenig auf Lager. Oder Booking.com macht das zum Beispiel auch. Booking.com, wir kennen das alle, wenn wir drauf sind, steht dann links unten, sind nur mehr zwei Zimmer da oder es ist nur mehr, keine Ahnung, drei Tage verfügbar, dann ist es sowieso ausgebucht. E-Booking zum Beispiel ist einer der Growth Companies, die in der Woche 1.000 AB-Tests laufen lassen, parallel. Also 1.000 bis 2.000 laut eigenen Angaben. Das heißt, die haben ein Growth-Team, die wirklich alles austesten. Die haben zum Beispiel eine AB-Test-Case-Studie veröffentlicht, wo sie 300 AB-Tests gemacht haben, welche Farbe, welche Gelbton ihre Sternchen haben sollte. Ladezeit. Einer der wichtigsten Faktoren überhaupt hin. Ich werde jetzt nicht lang darauf eingehen, wir haben das schon heute drei, vier Mal gehört. Unbedingt mal in Google PageSpeed Insights oder GTmetrics seine Ladezeit anschauen. Wenn der Webshop länger als zwei Sekunden ladet, ist es eigentlich schon fast zu lang. Ihr verliert hier massiv User und massiv auch natürlich Umsätze. Testimonials und Social Proof. Das heißt, wird viel zu wenig eingesetzt, speziell bei kleinen Produkten, dass wir wirklich herangehen, zum Beispiel an Influencer. Den Punkt sage ich später nochmal ein bisschen genauer, wie man Influencer antritt und was das bringen kann. Aber auch Social Proof durch Experten. Dann habe ich ein Produkt, das sehr technisch ist, aus der Medizinbranche, aus der Ernährungsbranche. Hier wirklich Leute anschreiben. Hier brauche ich kein Werbeübettel dazu. Ich versuche Leuten, meine Produkte näher zu bringen und versuche die für mich zu gewinnen. Und ganz wichtig auch, man sieht hin und wieder, speziell bei Agenturen oder Freelancern, ist das Social Proof durch den Autonormalverbraucher. Das heißt, normale Kunden von mir, die kann ich einbetten auf meiner Webseite, auf meinem Webshop und ein positives Erlebnis teilen von denen. Hier sogar gibt es auch gute Studien dazu, dass wenn ich den Kunden oder meinen User oder wen auch immer bitte, eine positive Review zu schreiben, dass er das auf Google macht zum Beispiel. Und dann bette ich die Google Reviews auf meiner Webseite oder Webshop ein. Das erhöht den Trust, weil auf meiner Webseite weiß natürlich jeder, ich kann meine Reviews bearbeiten, wie ich will. Auf Google ist da zumindest ein bisschen mehr dazwischen. Copywriting auch ganz kurz. Less is more. Wir wollen eigentlich auf den Produktseiten relativ wenig Text in erster Linie. Bevor die ganzen SEOs jetzt aufschreien, ja, Text ist wichtig auf einer Produktseite, aber er sollte ein wenig weiter unten kommen. Ich werde später noch eine gute Produktseite zeigen. Design Thinking, auch ganz wichtig. Es interessiert jetzt niemand, ob es euer Unternehmen schon seit 20 Jahren gibt und dass ihr die besten seid. Wichtig ist, was hat der Kunde für Pain Points. Und wie kann das Produkt das lösen? Allein, dass wir Produkttexte ändern und nicht aus der Ich-Perspektive schreiben, sind in Regel 5 bis 10 Prozent mehr Umsatz möglich. Ja, mit demselben Traffic. Und Floskeln vermeiden. Und keine langen Verschachtelnsätze. Das heißt so Floskeln wie, wir lassen sie nicht im Stich, wir sind immer für sie da. Und das kennt man speziell von Versicherungen. Dann ruft man uns, hebt einfach zwei Wochen keiner ab. Das glaubt einem sowieso niemand, ja. Call to Action haben wir halt auch schon gehört im Vortrag vom Kollegen, das ist nicht nur ein Button. Ihr könnt zum Beispiel ein klassischer AP-Test wäre, wenn ihr eine Newsletteranmeldung macht. Ihr habt einen Newsletter-Button mit jetzt zum Newsletter anmelden und einen Button zum Newsletter anmelden. Ihr werdet jetzt erstaunt sein, was das Ergebnis ist. Es ist sehr simpel, aber natürlich, dass mit jetzt wird eine weitaus höhere Conversion-Rate haben. Referral-Programme sind relativ simpel. Wir schauen uns ein ganz gutes Beispiel an, wenn man es einfach halten will. Wenn man mit Affiliate-Marketing arbeitet, muss man sich das gesondert anschauen. Hier ist ein wirklich gutes Beispiel wie das Holographic Glitter Sunscreen von Unicorn Shot. Die haben eine Landingpage gemacht, wo sich die Leute für eine Wartelist eintragen können. Das heißt, die haben genau mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Verknappung und dieser Exklusivität gespielt und haben dann gesagt, okay, ihr tragt euch für unseren Newsletter ein oder diese Warteliste eben in dem Fall und dann kommen sie auf diese Landingpage. Hier ist es jetzt so, dass man das teilen kann mit Freunden. Dass man sagt, ich stehe jetzt auf der Warteliste und ihr könnt, das ist halt spannend, entweder kann man es per Tweet teilen oder mit Link. Warum haben sie das nicht gleich gemacht? Warum haben sie nicht gesagt, ihr teilt es hier? Hier hatte der Kunde noch keine emotionale Bindung, weder zum Unternehmen noch zum Produkt. Sobald einmal die E-Mail-Interesse hergegeben hat, gibt es auch ganz viele Untersuchungen dazu, dass da eine gewisse Verbindung besteht zum Produkt und zum Unternehmen, zum Service, zur Agentur, was auch immer. Die hatten eine 48-prozentige Teilungsrate, was extrem hoch ist. Das heißt, wenn das jetzt 1.000 Leute geteilt haben, haben dann von jedem dieser 1.000 Leute extrem viel wieder gesehen. Das nennt sich ein klassischer Growth Fact. Das heißt, ich habe hier ohne viel Budget eine extrem große Reichweite mit einem einfachen Button Hack. Ganz auch wichtig, Segmente im E-Mail-Marketing. Es kommen immer wieder sehr große Kunden zu uns mit riesigen E-Mail-Listen. Jetzt vor kurzem eine E-Mail-Liste mit 120.000 E-Mails. Das war ein Excel-File, das war wilder Westen da drin. Da war überhaupt nichts geordnet. Das geht einfach nicht. Ihr werdet sehen, selbst wenn ihr eine E-Mail-Liste mit 100 E-Mails habt, ihr müsst die segmentieren. Ihr müsst schauen, dass ihr das nach Demografie macht, nach geografischen, psychografischen. Und je mehr Daten ihr habt, das ist natürlich einfacher. Aber allein vom Vornamen her könnt ihr sie schon mal demografisch sortieren, nach Mandel und Weiberl. Und allein das wird schon eure Conversion hat, je nachdem, was der Newsletter auslösen soll, extrem anheben. Also das sind einfache Tipps, die muss man einfach nur umsetzen. Hier kann man auch ganz gute Tools benutzen, weil wir gerade vorher vom Datenschutz viel gehört haben. Ich würde hier niemandem Mailchimp empfehlen. Die meisten Server in Amerika verwendet hier Sendinblue zum Beispiel als Tool. Oder wo die Server in Österreich stehen zumindest. Remarketing und Retargeting jetzt, auch ganz wichtig. Wir sehen immer wieder sehr viele Google Ads Accounts, wo die Kunden oder dann die Betreuer eh sagen, ja wir machen eh Remarketing, das haben wir eh alles drauf, das passt schon. Und dann sehen wir aber dieselben Ads, die dem Kunden das erste Mal ausgespielt werden, zehnmal ausgespielt werden. Wir können mittlerweile Remarketing und Retargeted Ads wirklich gut personalisieren. Wir können dieselben Produkte nochmal anzeigen oder Cross- und Upsells machen. Auch das erhöht die Conversion-Rate massiv. Hier jetzt nochmal ganz kurz zum Influencer-Beispiel. Wir arbeiten sehr viel mit Influencern, wir haben eigene Influencer-Datenbank. Was bringt das? Das heißt, ich kann mit Influencern mein Netzwerk relativ gut, auch mit ganz kleinen Budgets, wirklich erweitern. Das heißt, ich erstelle mir eine Bayer-Persona. Das heißt, ich denke, das Personaskonzept ist klar. Also ich nehme den Walter, der ist 28, fahrt kein Fahrrad, trinkt kein Wein und zieht jetzt aufs Land, weil es ihm genug ist, ihm reicht in der Stadt. Ich suche mir jetzt einen Influencer, der genau diese Zielgruppe widerspiegelt, die ich ansprechen möchte. Und jetzt geht es dann ums Budget. Das heißt, wenn ich jetzt genug Budget habe, kann ich dann große Influencers ansprechen mit, weiß nicht, 50.000, 60.000. Das ist schon viel in Österreich. Und kann die dann wirklich mein Produkt schicken oder mit den Agenturen sprechen und denen dann wirklich sagen, okay, was kostet mich das, wenn ihr mein Produkt bewerbt? Und dann habe ich vielleicht hier mal eine Ausgabe von 500.000 Euro. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr sowas macht, und das kostet halt ein bisschen mehr Zeit, man muss sich die Influencer raussuchen. Aber diese 1.000 Euro sind hier besser aufgehoben als in irgendwelchen Ads, die völlig verpuffen. Influencer sind einfach Markenbotschafter. Die haben einen extrem hohen Stellenwert bei ihren Followern. Und ihr könnt auch mit Mikroaccounts arbeiten. Schaut euch ein paar Tools an. Da gibt es, googelt es einmal nur Instagram-Tools, Follower-Watching oder irgendwelche solche Geschichten. Sucht euch ein paar Influencer raus. Mikro-Influencer nennt man die mit die 5.000 Follower circa. Und die schreibt sie an. Die haben in der Regel keine Agenturen, sind oft sogar verwundert, dass sie angeschrieben werden. Aber 5.000 gute Follower sind mehr wert, als 500 Euro in eine Ad zu stecken. Denen schickt ihr ein Produktsample. Und ihr habt eine Reichweite, die ihr sonst nicht bekommen werdet. Ist irgendwer im B2B-Bereich hier? Also der hauptsächlich B2B ist. Im B2B-Bereich funktionieren zum Beispiel Influencer-Geschichten und diese Empfehlungsprogramme kaum. Weil hier sehr darauf geschaut wird, dass man sich nicht vermischt. Aber viele Growth-Hacking-Strategien funktionieren auch im B2B-Bereich. Wir schauen uns jetzt noch Conversion-Rate-Optimierung an. Every aspect of marketing is entirely useless unless it produces conversions. Jeremy Smith, der war von HubSpot. Ein jahrelanger Autor und wirklich auch Online-Marketing-Pionier. Das heißt, ich kann wirklich das tollste Produkt haben. Ich kann einen super Webshop haben. Wenn ich am Ende des Tages keine Conversions habe für mein Ziel, wird es mich nicht lang geben. Wie ist jetzt so eine Conversion-Rate zu berechnen? Das ist relativ simpel. Das werden vielleicht die meisten wissen. Wir berechnen die Conversions. Das heißt, unsere Ergebnisse von unserer Kampagne oder was auch immer. Durch alle Besucher mal 100%. Jetzt werden wir sehr oft gefragt, was ist eine gute Conversion-Rate? Sei es jetzt beim Newsletter-Eintrag oder beim Verkauf. Wer glaubt denn, dass die Conversion-Rate höher als 1% eine gute Conversion-Rate ist? Wer glaubt, dass sie unter 1% eine gute Conversion-Rate ist? Das heißt, das mit den Fragen funktioniert, glaube ich, nicht so. Generell können wir es nicht sagen. Es ist so, dass sich diese 3% immer herumspukt bei den Leuten. Tatsächlich kann es sein, wenn ich jetzt angenommen, ich verkaufe Flugzeuge und habe am Tag 1.000 Besucher und einer kauft. Das wäre wirklich keine gute Conversion-Rate. Aber wenn ich ein Flugzeug verkaufe, reicht mir die Conversion-Rate. Das ist sogar eine richtig super Conversion-Rate. Wenn ich jetzt 3-Euro-Ohrringe verkaufe, brauche ich natürlich weitaus mehr Traffic und eine andere Conversion-Rate. Im Prinzip sprechen wir im Durchschnitt zwischen 2% im unteren Level und 8% im oberen Level. Wenn ich zum Beispiel Wiederverkäufe mache oder eben diese Retention-Teams, die haben viel höhere Conversion-Raten, weil die haben Kunden, die eine emotionale Bindung haben, die in der Regel schon vom Unternehmen gehört haben. Das heißt, auch hier gibt es Conversion-Raten, die bis 30, 40, 50% gehen. Wir schauen uns jetzt ein paar wirkliche Beispiele an, wie man ganz speziell den Checkout-Prozess mit einfachen Methoden optimieren kann. Hier sehen wir links auf der Seite ein Checkout. Hier habe ich genau First Name, Middle Name, Last Name und das sind gerade einmal die Felder, die ich sehe auf dem ganzen Bildschirm. Das ist relativ wenig. Rechts dazu ist das Beispiel Etsy. Hier habe ich fast alle Felder, die ich für den ganzen Checkout brauche. Das heißt, der User hat hier das Gefühl, er kann auf einem Mobile-Screen alles eingeben. Wenn ihr Checkout-Prozesse macht, und das ist bei WooCommerce sehr theme-abhängig, schaut euch, bevor ein Theme entscheidet, immer vor den Checkout-Prozessern. Wie ist der aufgebaut? Sind da Labels oder nur Platzhalter drin? Es ist auch so, wenn ihr Platzhalter benutzt, schaut darauf, dass diese Platzhalter nicht verschwinden, wenn jemand das eingibt. Wenn jemand einen Platzhalter eingibt, also angenommen, ihr habt 7, 8 Checkout-Felder, gebt oben eure Felder ein, überprüft das nochmal und sagt dann, ah ja, was war das zweite Feld nochmal, war das jetzt Hausnummer oder Stiege, dann müsst ihr das oft wieder weglöschen, damit ihr überhaupt seht, was da drin war, wenn da kein Label dabei ist. Wenn ihr Labels benutzt, also das sind diese hier in dem Fall zum Beispiel Fullname oder Street, benutzt nicht denselben Placeholder, weil das ist redundant und verwirrt das Auge sehr. Das heißt, wenn ihr Placeholder unlabelt benutzt, schaut, dass sich die ergänzen. Ihr könnt, wenn ihr das Label weglässt, extrem viel Platz sparen. Wichtig nur, dass der Placeholder dann auch wirklich auf die Seite wandert oder drunter wandert, wenn jemand was eingibt. Hier ganz wichtig auch, die meisten Abbrüche passieren bei den Zahlungen. Das sind eigentlich ein fast identler Checkout. Links haben wir rechts oben ein Trust-Symbol und einfach eine weiße Seite. Rechts haben wir das Trust-Symbol ein bisschen weiter in der Mitte. Wir haben das Padlock-Symbol, also das Schloss-Symbol und eine Abgrenzung, in dem wir einen grauen Bereich haben. Das ist technisch gesehen dieselbe Seite. Der User hat aber hier das Gefühl, dort, wo er die Daten eingibt, das ist irgendwie, das fühlt sich safe an. Das ist abgeschlossen, ich habe mein tolles Schloss da, ich habe den grauen Hintergrund, ich fühle mich hier irgendwie sicher, dass ich meine Daten eingeben kann. Auch hier ein gutes Beispiel für Reviews. WooCommerce kommt out of the box mit einem Review-System daher. Auch hier ein ganz kleiner Lifehack, den wir ganz selten sehen bei Kunden. Auch hier gibt es Plug-ins für WooCommerce oder WordPress dazu. Wenn ihr Sales habt, schreibt es denen, entweder automatisiert es im besten Fall oder macht es euch wirklich händisch am Anfang. Schreibt es denen nach E-Mails nach ein paar Tagen, wenn es noch halbwegs fisch ist. Wie hat euch euer Produkt gefallen, hat die Lieferung gepasst? Wir würden uns über eine Bewertung freuen. In der Regel möchten die Leute ihren Senf abgeben. Das heißt, leitet sie auf entweder einer verneute Landingpage oder direkt dort, wo sie Reviews eintragen können. Und so könnt ihr wirklich relativ schnell gute Reviews sammeln. Auf eurer Webseite habt ihr natürlich die Möglichkeit, die Reviews nicht zu veröffentlichen. Schaut aber, dass das wirklich irgendwie authentisch ist. Und es macht auch nichts, wenn manchmal wirklich drei Sterne oder vier Sterne Reviews dabei sind. Es sollte authentisch sein. Wenn da nur steht, ja, das Beste, super, Wahnsinn, ist es auch sehr unglaubwürdig. Finger weg von Livechats. Benutzt irgendeiner Livechats auf seiner Webseite? Okay. Livechats sind sehr schwierig. Einer der bekanntesten Plugins, glaube ich, für WordPress ist dieses Talk. Gerade jetzt in dem Zeitalter, wo viele Cookies blockieren. Diese Livechats sind sehr oft cookiebasiert. Das heißt, wenn Sie nicht erkennen, dass jemand das schon beendet hat und eigentlich das schon auf X gedrückt hat und das Pop-Up weg ist, poppt das immer wieder auf. Das kann bei Mobile wirklich für extrem viele Kaufabbrüche führen. Das heißt, wenn ihr ein Live-Chat-Plugin benutzt, was sehr viele Vorteile haben kann, müsst ihr das wirklich unter Kontrolle haben. Testet das auf allen Geräten mit, ohne Cookies. Bittet Freunde, das zu testen. Das ist ganz wichtig, dass das nicht ständig aufpoppt. Ganz wichtig auch im E-Commerce ist der Futter. Amazon, Zalando und alle großen Marken haben es vorgemacht. Im Futter sind alle Daten, die sie brauchen, aus Sicherheitsgründen, die irgendwelche Lieferbedingungen, Versandrückgabe. Es gibt ca. 11% der Käufer brechen in der Regel bei Webshops ab, weil sie am Schluss mit der Rückgabebedingungen entweder nicht finden oder nicht einverstanden sind. Das kann man vermeiden. So früh wie möglich schauen, dass das der User findet und auf jeden Fall in den Futter. Wer hier keine Linkliste hat, mit Rückgabebedingungen, Lieferversandkosten unbedingt in den Futter geben. Hier auch noch einer aus unserer Sicht der Marketing-Tools, die am wenigsten beachtet werden. Das ist die Landingpage nach dem Kauf, die Purchase-Page. Dort, wo bei großen Firmen die meisten Tags feuern. Hier als Beispiel zum Beispiel. Wir alle kennen das, wenn wir in einem Webshop einen Checkout machen und ungefähr 14 Mal gefragt werden, magst du nicht dein Kundenkonto anlegen? Und magst du nicht das und magst du nicht das und magst du nicht doch für ein Newsletter? Das kann sehr nervig sein und wir wollen eigentlich einfach meistens einen Guest-Checkout machen und uns nicht registrieren. Der beste Weg, das zu tun ist, wie bei Crate & Bear, das nach dem Kauf zu tun. Auch hier gibt es ein, zwei gute Plugins für WooCommerce, wo man, ich glaube sogar Elementa kann das mittlerweile ganz gut, dass man die Checkout-Page wirklich nach seinen Wünschen designt. Das heißt, man kann auf die Checkout-Page dann hier, wie hier in dem Beispiel geben, save your information for next time. Create Password, verify Password, create Account. Ich habe schon alle Daten. Er kann ganz einfach einen Account machen. Und was hier steht, hier steht nicht save your information for next time, weil eigentlich denkt man save your time. Das nächste Mal, wenn du kommst, kannst du erstens gleich den Lieferstatus sehen, du kannst nochmal bestellen. Und auch hier, speziell was kommt davon, was man für Produkte hat, wenn man Lifestyle-Produkte hatte, unbedingt Share-Buttons. Viele Leute wollen das teilen, das heißt, wenn du eine Sportschuhe verkaufst oder irgendwelche Artikel, speziell Luxusartikel, die Leute wollen das sharen. Wenn ich hier einen Facebook-Button, einen Instagram oder WhatsApp oder was auch immer, das wird benutzt und das kann man dann auch tracken. Und auch hier kann man wieder Conversion optimieren, indem man sagt, wie schaut das aus, wenn ich das da unten größer mache, kleiner mache, was schaut das aus, wenn ich andere Share-Button benutze und so weiter. Ganz interessant auch noch, Promotion-Codes, also Gutschein-Codes. Eine Studie hat herausgefunden, dass leere Formularfelder relativ aufwendig fürs Auge sind und viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn sie nicht ausgefüllt werden. Das heißt, Adidas hat eine Case Study rausgebracht, in der sie AB getestet hat, wie sie das auswirkt, wenn sie das Promocode-Fenster versteckt zum Aufklappen. Sie haben es nicht veröffentlicht, aber anscheinend hat das sehr gut funktioniert, dass die Conversion-Art hier sehr stark anheben haben können. Das heißt, man geht davon aus, dass man den Promocode versteckt, das leere Feld, das auch die Conversion hebt. Und hier noch eine Produktbeschreibung von einem Einhorn-Ventilator, der sicher sehr sinnvoll ist. Wir haben oben unsere H1, natürlich sehr optimiert. Wir haben unten ganz, der sich sehr stark abhebt, in den Warnkorb. Auch hier kann man mit Farben experimentieren. Also ihr müsst auch unbedingt, wenn ihr AB-Tests macht, wir schauen uns nachher kurz noch ein Tool an, ich muss mich jetzt, glaube ich, eh beeilen. Schauen uns nachher noch ein Tool an, wie man gut AB-Tests macht. Testet die Farben aus. Und viele haben ihren Warnkorb-Button in ihre CI-Farben, die tatsächlich keine guten Button-Farben für Warnkorbe sind. Wir haben hier eine Bullet-List, das heißt, der User muss nicht viel lesen. Er hat sehr gut aufgeteilt, was wichtig ist. Hier sollten seine Bedürfnisse befriedigt werden und hier sollte stehen, was das Produkt für ihn machen kann. Was das bei dem Einhorn ist, wird schwierig, aber es wird es geben. Und darunter haben wir dann die Beschreibung für SEO und auch für den User, der mehr Informationen braucht. Vielleicht steht da noch etwas über das Nachhaltiges, Plastik ist oder was auch immer. Wichtig ist, dass es auch beim Content, ähnlich wie beim Sales, ein Funnel geht. Das heißt, der wird aber umgekehrt, der wird breiter. Je mehr man nach unten geht, desto mehr interessiert es den User und die User, die lesen wollen, die können das unten tun. Die 99 Prozent, die zu faul sind zum Lesen, haben hier eine Bullet-Liste. Ganz wichtig auch, unbedingt implementieren, speziell leicht in WooCommerce mit der Kurzbeschreibung. Hier noch ein paar Quick-Hacks. Ich bin jetzt dann, glaube ich, schon fünf Minuten noch. Exit-Intent-Pop-Ups, das heißt, wenn jemand eure Seite verlässt, wir haben vorher schon von Hotchair gehört. Das ist ein Tool, in dem ihr ganz einfach Pop-Ups machen könnt, Umfragen machen könnt. Wenn ihr mal eure Webseite verlässt, ohne zu kaufen, warum? Er will eh schon gehen, ja? Wenn er es nicht ausfüllt, ist okay. AB-Testen, wirklich nicht alles, was ihr euch vorstellen könnt. Es ist völlig egal, testet ihr es mit AB-Tests. Das können kleine, große Tests sein. Wie gesagt, je öfter ihr testet, desto mehr erhöht ihr die Chance, dass ihr darauf kommt mit der Conversion-Rate. Wie gesagt, Unternehmen wie E-Booking haben ca. 1000 Tests parallel laufen. Gastbeträge für die Reichweite steigern, Teil-Funktion auf Danke-Seite hatten wir schon. E-Mails für nochmals kaufen, Retention. Wenn ihr Produkte habt, die ausgehen, wie Kaffee zum Beispiel. Wir haben bei einem Kunden, der einen sehr großen Kaffeeshop hat, ein Programm entwickelt, das automatisch nach einer gewissen Zeit, je nach Menge, was er Kaffee gekauft hat, eine E-Mail schreibt, hast du noch genug Kaffee, möchtest du noch welchen kaufen? Das hat extrem auch geholfen, den Umsatz draufzusetzen. Cross-Sell und Up-Sell. Ich weiß nicht, ob es viele mitbekommen, aber Amazon testet das immer noch aus. Cross- und Up-Sell ist ständig auf unterschiedlichen Plätzen. Es gibt nämlich Theorie, dass Cross- und Up-Sell auf der Produktseite zum Beispiel eure Sales auch schaden kann, weil wenn man dem User zu viel zeigt, verliert er vielleicht den Fokus. Das kann auch sein. Hier wird es ein bisschen technischer, aber wer ein bisschen technikerfin ist, kann versuchen, seine Homepage zu personalisieren. Wenn ihr einen Webshop habt, so einen Produktslider auf der Homepage, weiß ich jetzt nicht, ob es ein Plugin dafür gibt, gibt es aber wahrscheinlich, könnt ihr euer Produktslider personalisieren. Das heißt, wenn der User schon mal bei euch ein Produkt angesehen hat, könnt ihr dort das reingehen. Das ist ein bisschen ein Upgrade dazu, die Produkte, die sie sich schon angeschaut haben vom WooCommerce. Ganz wichtig auch Trust-Badges. Die kosten ein bisschen was, aber auch hier testen, welche Trust-Badges am meisten Sinn machen. E-Mail-First beim Checkout. Weiß ich jetzt nicht, die meisten WooCommerce-Themes haben das nicht. Ihr wollt die E-Mail als allererstes im Checkout abfragen. Warum? Weil ihr die Karte beendet in E-Mails schicken wollt. Das soll so früh wie möglich passieren, denn wenn er dann abbricht, könnt ihr ihm eine E-Mail schicken und ihm fragen, hey, magst du deinen Warenkorb nicht nochmal aufrufen? Und Checkout-Felder minimieren, so gut es geht. So wenige ihr fragt, desto besser. Ist natürlich ein Problem mit Daten. Je weniger Daten ihr habt, desto weniger könnt ihr nachher Marketingaktionen setzen. Aber in der Regel am Anfang wenig fragen und dann über Retention versuchen, mehr Daten rauszubekommen. Und ganz kurz noch zu AB-Tests. You can't manage what you don't measure. Wer seine Zahlen nicht kennt und keine AB-Tests macht, wird nie wirklich mit einem Webshop wachsen, außer dann wirklich ein sehr gutes Produkt. Hier, wir nennen das Hierarchive Evidence. Ganz unten steht Expert Opinion und Best Practice. Das ist quasi unsere Meinung oder die Meinung der Kunden. Weil die Meinung der Kunden ist immer die Expert Opinion in der Regel, die nicht stimmt. Das sind dann immer, ich kenne meine Kunden, ich weiß, was die wollen. Darüber kommt dann die User Research. Das heißt, wenn wir wirklich Nutzer befragen oder uns wirklich mit der Thematik und dem Markt auseinandersetzen. Data und Science, das sind dann Studien oder eben Analytics. Und dann kommt auch schon AB-Testing und die Ergebnisse, die Meta-Analyse. Das heißt, das AB-Testing ist unundinglich. Hier sind die Tools, die wir im täglichen Tagesgeschäft benutzen, außer Google Optimize. Google Optimize habe ich jetzt hier. Jeder, der es nicht kennt, unbedingt mal sich anschauen. Mit Google Optimize ist ein, glaube ich, noch Gratis-Tool von Google. Das erlaubt, relativ einfach AB-Tests zu machen. Ihr könnt da, also wenn ihr klassische Workplace- und WooCommerce-Installationen habt und nicht zu viel rumgefuscht habt, geht das in der Regel. Ihr könnt hier über Google Optimize verschiedene Pages ausspielen und verschiedene Buttons testen, verschiedene Content-Elemente austauschen, sogar in Design Sachen austauschen. Eine etwas bessere Version davon wäre VWO und Optimize. Das sind P-Tools, die relativ schnell, relativ teuer werden können, aber die erlauben einem viel mehr Freiheit. Ihr könnt hier wirklich mit, ähnlich wie Page-Bildern, eure komplette WordPress-Seite in VWO zum Beispiel umbauen und komplett unterschiedliche Homepage testen zum Beispiel in AP-Tests in Echtzeit. Und Effective Experiments, für jemanden, der sich wirklich genau damit beschäftigen will, ist ein Tool, wo ihr die ganzen AP-Tests aufzeichnen könnt und dann auch gegeneinander abwägen könnt und die Daten messen könnt. Und Hotjar oder Hotjar, wie man auch immer dazu sagen möchte, wer kennt Hotjar und wer benutzt, sagen wir so? Interessant, das ist jetzt über die letzten Monate immer mehr geworden. Hotjar ist wirklich ein super Tool. Wer es nicht kennt, runterladen, installieren, nicht nach dem Consent fragen und einfach tracken. Nein. Wenn wir Hotjar installieren, müssen wir nach dem Consent fragen. Hotjar zum Beispiel ein sehr umstrittenes Tool. Wir können hier Videoaufzeichnungen machen von Usern. Das heißt, wir können wirklich in Echtzeit sehen, was sie auf der Webseite machen. Natürlich, wenn sie ein Formular ausfüllen, ist das ausgegraut. Wir können hier aber auch Service machen. Das heißt, wenn ich Umfragen, wenn ich eine große Besucherzahl habe, bringt mir das sehr viel. Und noch ein Abschlusszitat von Jeff Bezos. If you double the number of experiments you do per year, you're going to double your effectiveness. Das heißt, wenn ihr wirklich anfangt zum Experimentieren, fangt es klein an. Wenn ihr die Tools nicht schafft, zum Laufen zu bekommen, tauscht es einfach manuell die Buttons aus und testet das mal einfach ein paar Wochen gegeneinander. Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, das war es. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das geht nicht, glaube ich. Max Mainz. Vielen Dank. Ich glaube, die spannenden Hacks waren auch das Überziehen wert. Vielen Dank. Ein bisschen Zeit für Fragen haben wir noch. Gibt es irgendwas? Einmal. Ich hätte eine Frage zum Retention im Webshop. Ich habe einmal gesehen, ich habe es nicht weiterverfolgt, es gibt die Möglichkeit, dass die Leute schreiben Fortname, Familienname, E-Mail-Adresse und dann kommen sie weiter runter und dann drücken sie keinen Knopf, um auf den nächsten Schritt und auch ohne auf irgendeinen Knopf zu drücken, dass schon mit der Eingabe der E-Mail-Adresse, dass da schon gespeichert ist, um E-Mail zu schicken. Genau. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der saubere Weg, sage ich auch, und der offizielle Weg ist, dass man da natürlich, das sieht man auch oft bei Webshops, wenn oben am Anfang die E-Mail-Adresse ist und man dann einen Two- oder Three-Step-Checkout hat, dass man sagt, okay, mit dem Button-Klick wird es einfacher. Aber speziell in Hot kann man die E-Mail-Adresse auch schon tracken, ohne dass er wirklich etwas ausfüllt. Oder auch mit Serverseitigem tracken können wir, sobald er das eingibt, in Echtzeit diese Daten speichern. Aber in der Regel am einfachsten ist es natürlich, wenn danach ein Button-Klick erfolgt. Auf die E-Mails? Ja, also auf sowas schauen die Leute in der Regel nicht. Das ist jetzt auch nicht datenschutztechnisch ein Problem. Sobald die die Daten eingegeben haben, sind sie ja bereit, die Daten zu teilen. In der Regel, wobei das, da müsste jetzt auch unseren, also wir haben da jemanden im Unternehmen, der sich das immer genau anschaut, aber meines Wissens ist das kein Problem und die Kunden reagieren da jetzt, oder die Nutzer in dem Fall, reagieren da jetzt auch nicht irgendwie besonders kritisch drauf, sagen wir es mal so. Genau. Sonst noch Fragen? Wie messen wir das? Influencer? Ja, genau. Mit Landingpages zum Beispiel. Das heißt, in der Regel hat jede Aktion ja irgendeine Reaktion. Das heißt, wenn Influencer-Market das machen, kann man sich ausmachen, dass die Influencer-Marketer zum Beispiel dann einen besonderen Link von uns kriegen, der irgendwelche Parameter hat. Es ist manchmal zum Beispiel schwierig, es gibt dann oft Aktionen, wo sie nur das Produkt vorstellen ohne Link. Dann versucht man einfach den Traffic, der sich dann meistens massiv ausschlägt. Oft versucht man das mit Codes. Das heißt, wenn man mit Influencer-Marketern zusammenarbeitet, die wollen ja meistens auch was. Das heißt, da sagt man mit meinem Code, weiß ich nicht, Daria, Daria, kriegst du in dem und so kriegst du da jetzt Prozente. Je nachdem, da gibt es ein paar Möglichkeiten. Das Einzige, wo wir es dann wirklich nicht richtig tracken können, ist, wenn wir wirklich nur Shoutouts machen, so wie bei Mikro-Influencern, wo wir keinen genauen Deal haben. In der Regel hast du mit Influencer-Marketing immer einen Vertrag, sobald du eine gewisse Follower-Größe erhöhst. Das heißt, da steht dann wirklich auch drin, die müssen den Code nehmen, die müssen den Link teilen und so weiter. Wenn das bei Mikro-Influencern nicht der Fall ist, kann man das trotzdem an der Regel sehen, wie viel das ausschlägt oder was für Landingpages die dann kommen. Okay, für eine Frage hätten wir noch Zeit. Gibt es da noch was? 3, 2, 1, nein, schaut nicht so aus. Dann nochmal vielen Dank für den interessanten Vortrag. Kleiner Applaus. Vielen Dank.